Musik Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Stalkalber 5 Ich spiele für euch Arcade Route Normal, also Standard, schwer Heute spielen wir Alpha Patrocolos Er ist ein Char, den ich gerne spiele, aber ich nicht perfekt beherrsche Also diese ganzen Just Inputs, die kann ich teilweise Ja, und dann kommen wieder Momente, wo ich mir denke, das musst du doch hinkriegen Also, das ist ja ein Combo-Char Und, äh, ja Du kleine Ratte Ja, genau, das meine ich Da muss ich den Schlag eigentlich hinkriegen Den da Ja, den muss ich da eigentlich hinkriegen In dem Moment ist das Pflicht einfach Ja, okay Das wollte ich gar nicht machen Das wollte ich machen Ach, jetzt komm, jetzt Gehen wir mal nicht auf den Sack Ich hoffe, ich schaffe die Route Weil, wie gesagt, Alpha ist jetzt nicht so Der Char, mit dem ich auf schwer spielen würde Ich krieg's nicht hin Was ist denn los? Ja, das hab ich verdient Das hab ich wirklich verdient Weil das war einfach nur schlecht von mir Genau so, ja Oh, Gottes Willen Ich schäme mich ja gerade ein bisschen, ne Das war ja jetzt wohl Cheat, ja Die kritische Klinge hätte er wohl auf jeden Fall treffen müssen Hier, auf jeden Fall Ja Läuft gerade nicht Ah, das krieg ich auch nie hin, ne Nie Okay, ich muss erst wieder reinkommen Mit Alpha Ich hätte vielleicht ein Spiel vorher spielen sollen Äh, damit ich das wieder drauf hab Äh, die Just Inputs gehen Das ist okay Die Kombos gehen auch nicht so Was war denn das? Warte, warum, warum taunt er ich denn? Ja, genau so Ja, genau so will ich das sehen Ja, und nicht anders Ist doch gar nicht so schwer Okay, ist es eigentlich, aber Ich hab da mal lange geübt für Ja, jetzt Reicht wieder Ey, geht der mir auf den Sack mit dem Angriff, ne Ach, doch unten Okay Boah Patroclus ist so nervig Das ist auch geil Also das Wenn das trifft, macht das ziemlich viel Damage Warum, warum gibt er Ah, jetzt Okay Aua Okay Ja, da ist die Standard-Patroclus-Kombo Machen wir das mal so Ich muss jetzt irgendwie sein Leben auf null kriegen hier Der Angriff ist so gut, ne Den muss man als Alpha echt oft machen Der ist so gut Das war auch der erste Angriff, den ich mir angeeignet hab Da ist es der wichtigste einfach Der ist so schnell und betäubt und ist super Also Moment Nicht der, der, der hier Der ist einfach, der ist so geil Oder der Oder der Ja, das sind alles so geile Angriffe von Alpha einfach nur Ja, okay Wow Okay Warum, warum geht das nicht Jetzt Ah, schade Das möchte ich auch einmal hinkriegen Aber das glaube ich schaffe ich nicht, weil das ist so schwer Aua Nee Das ist dumm Das kriege ich nicht hin Das ist eigentlich so ein So ein Move Wenn der Gegner an der Wand ist oder so Dann kann man das mal machen Ansonsten aber nicht Okay Da muss ich kurz überlegen, welchen Move mache ich denn jetzt? Aua. Das war nicht nötig, Raphael. Vielen Dank. Alter. Alter, haut er mich perfekt weg. Alles klar. Ah, ich krieg grad nix hin. Ey, jetzt hör... Hör doch mal wieder auf, ey. Alter. Okay, ich bin... Ich bin grad nicht warm. Aber Raphael ist auch gut, ey. Der ist so fies. Und ich krieg grad die Kombos nicht hin einfach. Das ist... Das ist mein... Mein größtes Problem gerade. Ich krieg die Kombos nicht hin. Ach so, ja, klar. Klar, Raphael. Okay. Man merkt, ich bin etwas hilflos gerade. Gegen den. Ich krieg die... Ich krieg den Angriff nicht hin. Der ist doch... Der ist doch gar nicht so schwer. Warum... Warum krieg ich ihn nicht hin? Äh, äh, Raphael. Das kannst du aber vergessen. Ach, du. Oh, da war der Just Input. Oh, das hat mich jetzt selber überrascht. Den schaff ich eigentlich nie. Alter, der ist... Ich hasse diesen Char. Raphael, meine ich. Ist das Punishable? Ja, na, klar. Bei einer kritischen Klinge sowieso. Hat er angegriffen? Nein. Ah, du bist... Okay, das war... Okay. Da macht er auch genau die richtigen Moves, um mich auszukontern. Das ist so typisch KI. Ach, du gehst mir auf den Sack, Raphael. Das klappt nicht, oder? Nee, das klappt nicht. Ach. Alter. Raphael. Jetzt lass dich besiegen. Ich muss hier weiterkommen. Was soll denn das? Das ist mein Video, nicht deins. Boah, der ist aber auch... Das ist aber auch ein Dreckscharakter, einfach nur, ne? Das ist so ein elendiger Mistcharakter. Fick dich. Das wird in Ruhe, ey. Boah, ist das nervig. Alter, das ist echt ein nerviger Char. Okay, Alpha ist auch ein nerviger Char. Ja. Ey. Als ob er genau weiß, was ich vorhabe. Das ist... Das ist doch wohl ein Witz. Du willst mich wieder verarschen, Raphael, oder? Ey. Ich glaube, ich muss gleich echt abbrechen, Leute. Weil ich hab grad... Ich seh grad kein Land gegen den. Wenn ich die Kombos besser hinbekommen würde, wär das kein Problem, ja? Der wär... Easy wär der Typ. Aber genau... Das ist halt jetzt mein Problem. Ja, das war klar. Ich will eigentlich grad was machen. Das nicht. Ach, ich wollte ihn eigentlich ring-outen. Ähm, mit dem Wurf. Okay, einmal probier ich's noch. Und dann weiß ich mir nicht mehr zu helfen, ehrlich. Ich hab... Ich hab keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ich krieg... Ich krieg den Angriff nicht mehr hin, Leute. Ich krieg's nicht hin. Es tut mir so leid. Oh, alter. Leute. Ach. Dein bescheuerten Wurf, ey. Vielleicht soll ich auch mal öfter grabben. Das wär vielleicht auch mal ganz gut. Ach, doch unten. Ja. Alter. Du kannst dagegen auch nix machen. Du kommst da nicht raus. Fick dich. Wie er mich tauntet. Du kommst da nicht raus aus diesem Fechtscheiß, ne. Das ist unglaublich. Was ist das? Oh. Come on. Now you see. For the past. Hi-ya. See. Ha-ha-ha. Oh. Ha-ha-ha. Boah. Ey, Leute. Das hat jetzt lang genug gedauert, ne. Okay. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich definitiv warm. Ja? Weil ich schwitz nämlich richtig hart. Und jetzt kommt der nächste Assi-Gegner. Okay. Oh, das ist ein Ring-Out. Das hat er nicht schlecht gespielt. Kacke. Alter. Alter. Kannst du mich jetzt... Ey. Das gibt's nicht, ne. Ey, was... Was ein Wichse. Alter. Da könnte ich ja gar nichts mehr machen jetzt gerade. Ich krieg's aber auch gerade nicht hin. Es tut mir so leid. Oh, du Arsch. Du Arsch. Oh, Gott. Oh, Gott. Geht das? Ja, das geht. Okay, ist es tot? Okay, er ist tot. Meine Fresse. Okay, Pyro Omega, das war schon fast klar. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt durchrushe bis zu Nightmare, um dann bei dem wieder zu verkacken. Ach, die geht jetzt wieder total ab, ne. Oh, Pyro Omega ist so krass. Alter. Als erstes hab ich sie gepunischt und dann sie mich. Okay, alles klar. Ja. Ja. Ah, scheiße. Also mit Thera war ich deutlich besser, ne. Aber die spiele ich auch öfter. Was, ein Perfekt? Von mir? Nee, nicht möglich. Ja, ist klar, ey. Das ist einer der schwersten Angriffe des Spiels und die macht die einfach mal so. Den, 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 ich will, ich will den mal machen, aber das ist so risky. Ja, ist klar, Pyro. Ja, ist klar, Pyro. Komm mal wieder auf dein Leben, guck. Alter. Niemals, Pyro. Okay, das war jetzt assi, aber das war klar, dass die KI das nicht blocken kann. Okay, Nightmare. Hat ja auch gar nicht lang gedauert, Kollege. Äh, dein schwuler Fechter hat mich aufgehalten. Aua, danke. Ach, der punisht mich jetzt wieder hundertmal. Oh nein. Ja, das war natürlich jetzt gut. Das war gar nicht mal so, so schlecht von mir. Boah, der Wurf ist stylisch, Alter. Alter. Du kleiner Assi. Okay. Äh, der ist stark. Der kann so ein bisschen was. Ähm. Was? Das hat mich noch erwischt. Da krieg ich auch den Just-Input grad nicht hin, ey. Obwohl der so wichtig ist. Alles klar. Das war ein kurzes Intermezzo mit dir. Wie wär's, wenn wir nochmal machen? Und du mich gewinnen lässt? Wie wär's denn? Nightmare, hä? Äh. Äh. Ja. Danke. Ja. Oh, dieser Grab da unten immer, das ist so nervig. Und das war wieder schlecht von mir. Und das war auch sehr schlecht von mir. Und ja, das trifft mich natürlich, wenn ich da hin... Ich muss in die andere Richtung ausweichen, wenn er den Schlag macht. Aber in dem Moment ist mir das halt völlig egal. Er hat mehr Range als ich, das ist ein bisschen kacke. Ach. Ah, da macht er den Move, ey. Ey, ich bin hier gerade so am Schwitzen, ne? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab ihn noch nie so hart getan hier. Aua. Aua. Warum hat das nicht funktioniert? Und warum krieg ich den scheiß Schlag nicht hin, wenn ich ihn brauche? Das ist unglaublich. Aua. Schön Nightmare. Das ist punishable? Das gibt's doch gar nicht, ey. Ach. Nightmare, du gehst mir auf den Sack, Alter. Können wir das Ding endlich beenden hier? Ah, ich glaub, ich hätt's grad beenden können. Das ist ein Ring-Out. Oh mein Gott, ey. Ich glaub, ich muss auch auf Ring-Out spielen. Das ist meine einzige Chance, glaub ich, hier. Und was? Der... Was... Was ist das für ein Schlag, den der da immer macht? Ich... Ich... Ich blick's nicht. Oh. Ey, Nightmare, ne? Mit deinem blöden Grab da, ne? Not enough. Darkness. Oh, du bist ein Assi, Alter. Okay, jetzt muss ich mal kurz... Ah, das hätt's sein können, wenn ich richtig gemacht hätte. Ah, das... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Boah, Leute. Okay. Komm. Ah. Warum macht der... Den... Ich blick's grad nicht. Ich blick's einfach grad nicht. Und das macht er einfach mit nem Sidestep. Ja, kein Problem. Mach ich auch immer so. Das war's. Ja. Ah, den Abwehrstoß immer im ungünstigsten Moment. Ah, der... Der ist auch schneller als ich, ne? Das ist unglaublich. Wie... Wie kann ein Char schneller als Alpha Patroclus sein? Ach, der... Da hat er wieder den Move nicht gemacht. Warum macht er diesen Angriff nicht? Äh, das... War früher besser. Ich... Ich... Ich kapier's nicht, Leute. Echt nicht. Okay. Ich... Boah, ja, ich muss ab und zu mal die Schnauze halten, dann krieg ich auch was hin. Ah, das ist doch ärgerlich. Ach, das ist so nervig bei Nightmare. Okay, das war's. Ähm, ja, ich möchte ihn jetzt aber auch schaffen, ja, ich habe auch Raphael geschafft, ja, da will ich aber wohl ein Nightmare schaffen. Ist das wohl ein Witz? Nein! Ach, du bist doch ein Wichser. Das war nicht klug von mir. Und das war ein ziemlich krasser GI-Battle. Oh Gott, aus Willen. Oh, war das schlecht von mir. Oh, war das schlecht. Da habe ich einfach einen richtig dummen Fehler gemacht. So, und damit, ja, habe ich meine Ehre wiederhergestellt, hoffe ich. Und vielen Dank fürs Zusehen, haut rein. Und bis zur nächsten Folge of Soul Calibur, was die auch immer beinhalten wird. Ja, ich habe zehn Minuten für Nightmare gebraucht, neun Minuten für Raphael. Der Rest war easy peasy. Naja, haut rein.